Hallo zusammen! Dank der vorherigen Einheit kennst du dich nun perfekt mit dem Snap-Fenster aus und kannst dich endlich an ein erstes Programm wagen. Bevor du jedoch allein mit den Übungen loslegst, zeige ich dir noch die wichtigsten Blöcke in Snap. Kleiner Hinweis, wenn du das Snap-Programm über deinen Internetbrowser öffnest, sieht das ganz normal so aus wie hier. In den folgenden Übungen kann es aber sein, dass du in den Projekten, die du öffnest, weniger Blöcke zur Verfügung hast. Das sieht dann ungefähr so aus. Die anderen Blöcke haben wir für dich ausgeblendet, damit sie dich nicht verwirren. Alle Blöcke, die du für die jeweilige Aufgabe benötigst, sind aber sichtbar, sodass du sie verwenden kannst. Jedes neue Skript starten wir mit einem Startblock wie diesem hier. Nun können wir beispielsweise den Bewegungsbaustein Schritte gehen darunter setzen, die Anzahl auf 100 ändern und das Programm im Langsam-Modus starten. Wir sehen, wie der Sprite 100 Schritte läuft. Um ihn wieder in die Mitte der Bühne zu bringen, brauchen wir diesen Block. Bauen wir noch ein paar mehr Bewegungsblöcke an und starten das Programm wieder, setzt der Sprite alle Anweisungen chronologisch um. Da wir ihn dieses Mal auch gedreht haben, müssen wir ihn nicht nur wieder in die Mitte des Fensters zurückbringen, sondern auch wieder in die Ausgangsposition drehen. Dies kannst du mit diesem Block tun. Um nun ein Kunstwerk zu zeichnen, benötigen wir selbstverständlich auch die Stiftblöcke. Setzen wir beispielsweise den Stift-runter-Block an den Anfang und starten das Programm. So zieht unser Sprite eine Malspur hinter sich her. Um diese wegzuwischen, benutzen wir einfach den Wische-Block. Da der Stift nun immer noch unten ist, kann es passieren, dass beim Ausrichten des Sprites wieder eine Malspur entsteht, die du entweder wieder wegwischen kannst oder du hebst den Stift vorher mit diesem Block an und richtest ihn dann aus. Es gibt noch vielerlei weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Stiftfarbe festlegen. Bauen wir diesen Block sowohl an den Anfang und wählen Pink als Farbe aus, als auch nach der Drehung und wählen Blau als Farbe aus, erhalten wir nach dem Start eine pinke Malspur, gefolgt von einer blauen Malspur nach der Drehung. Probier einfach mal ein bisschen herum, was du noch so alles einstellen kannst, zum Beispiel die Stiftdicke und starte dann mit den Übungen. Schaffst du es vielleicht sogar ein Quadrat zu zeichnen, bei dem jede Kante eine andere Farbe hat, so wie hier? Viel Spaß beim Ausprobieren!